So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das am besten anmoderieren soll, weil wir uns auch noch nicht geeinigt haben. Der Vote ist noch nicht durch, wenn die überhaupt sich immer dazu äußert, in den Kommentaren, wie wir den nächsten anmoderieren sollen. Deshalb sage ich jetzt einfach mal Servus und willkommen zurück zu Dark Souls Remastered. Heute ohne den Mic, leider. Das heißt, ihr müsst euch mit meinem nichtigen oder niederen Skill zufrieden geben. Und eins noch vorweg, tut mir leid, wenn die Aufnahmen im dunklen Bereichen schlecht sind. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Die Aufnahmen, wenn man sich das Video anschaut, sind gut. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, dass das so dumm rüberkommt. Gut, wir haben 20.000 Seelen. Ich hätte eigentlich Bock, dass wir kurz... Ach, scheiße, ich muss noch kurz einen Timer einstellen. Und zwar, 30 Minuten Timer läuft ab jetzt. Ich habe nämlich jetzt mein Handy, den wir da daneben liegen. Haha. Update. So, äh... Müssen wir mal schauen, äh... Was brauchen wir, wenn wir uns upgraden wohl? Stufe. Bin ich jetzt zu blöd? Ja, ich bin zu blöd. Aufsteigen. Hier, jetzt. Nötige Seelen 23.000. Und wir haben 20.000. Deshalb will ich jetzt auf jeden Fall ein paar... Äh... Seelen verballern. Sorry, dass ich das mache, Mike. Aber... So. Haben wir hier Seelen? Okay, hier sind nicht... Ah, Fürstenseele. Ja, das ist Waffen. Das sind alles hier komische... Keine Ahnung, was wir hier haben. Das sind Waffen, Ringe. Haben wir keine Scherben? Hier sind die Scherben. Ah, ich glaube, hier sind die Seelen. Große Seele, Soldat. Erhalte Seelen bei Benutzung. Seele, Krieger. Ritter, Held. Schwierig zu sehen, welche hier stärker sind. Ich glaube, von der Größe her kann man das ein bisschen einkategorisieren. Seele, Henker, Smog auf keinen Fall. Menschlichkeit. Wir haben fucking 32 und 5 mal doppelt. Silbermünze, Goldmünze. Ja, was ist Kupfermünze? Wo kann man die alle reinstecken? Hey, gibt es hier einen Spielautomat? Novolein! So. Äh, Seele verlorene Untote. Dann nehmen wir doch mal die hier. Haha! 200, okay. Ja, ähm, das war... Für den Arsch. Okay, ähm... So, jetzt bin ich wieder falsch gewesen, ne? So. Seele. Große Seele, Soldat. Wir nutzen. Zwei. Booyah! 2000. Oh, ich glaube, das reicht nicht. Oh, haha! Um 1000. Fuck! Okay, hilft nix. Missen wir nochmal ran. Ah, sorry, ich weiß, das ist langweilig, aber... Einmal müssen wir noch. So, Seelekrieger. Benutzen. Eine. Ab geht's. Zack! 2000. Und wir steigen nochmal auf. Und natürlich hauen wir jetzt in Stärke rein, weil... Ich will dieses fucking Drachenschwert benutzen. So. Gut. Dann... Let's go! Was liegt denn hier? Ich bin solch... Seelekrieger, ja? Gut, passt. So. Schön. Wir gehen schön langsam vor. Weil, wie gesagt, hier rennen lauter Ziegenpeter rum. Ihr wisst, was ich meine. Die Wand sieht suspicious aus. Ah, wirklich? Okay. Ich weiß nicht, was da vorne für ein Durchgang ist. Sieht... What? What the fuck? Was bist du denn? Ich hab erstmal Angst vor dir. Okay. Keine Ahnung, was du bist. Ich glaub, du siehst... Das ist doch ein Verarsche, oder? Was ist das für ein Scheiß da unten? Das ist bestimmt ein Kackwurm. Und wenn ich da hingehe... Monster? Ja, genau. Und wenn ich da hingehe, dann... What? What the fuck? Boah, gerade noch eine Rolle gemacht. Oh, 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 oh. Boah, die Range, ey. Thank... Thank... Äh... Ja. Guard for the fucking Range. So. Alter, das ist doch jetzt eine Verarsche, oder? Das ist doch bestimmt Dark Souls. Ich geh hin und... Und werd runtergeschmissen, oder? Hä? Komm. Warte. Okay. Das ist immer so eine Sache, ne? Dark Souls-mäßig werden wir jetzt eigentlich runter... Geflogen. Oh, da vorne ist nochmal... Oh, Mann. Ziegenpeter hier? Ich will aber hoch. Ich will hier noch nicht runter. Okay, sie sind ja echt lang. So, ich will jetzt aber noch nicht runtergehen. Da sieht es nämlich aus, als wenn du da oben was Böses auf mich wartest. Wo geht es denn hier lang? Ach, du Scheiße. Ja. Ziegenpeter-Alarm. Uh, sind es viele. Okay. Hä? Waren wir da schon? Keine Ahnung. Egal, ich geh einfach dahin. Ich will erstmal eintriggern. Alter, was ist denn das für ein Schwachsinn jetzt? Oh Gott, drei? Ja, fuck you. Ah, rest in peace. Ah, ha, ha, ha. Yo. Ahem. Oh. Wo ist, wo ist mein... Ah, hier ist, hier ist mein Zettel. Ach Gott, der ist schon so abgefuckt. Ich brauche meinen Stift und meinen Zettel eigentlich. Okay. Ah, das war jetzt echt peinlich. Ex... 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 Excusi. Das war jetzt echt peinlich. Ah, da kommt er. So, noch einer, glaube ich. Ich hab dich gehört. Du wolltest mich wieder überraschen, ne? So von oben runter geschissen, oder woher kommst du? Ah, da ist er. Oh. Oh. Mhm. So. Hab ich den getriggert? Nein. Okay. Oh Gott. Also oben sind schon wieder sehr viele Ziegenpeter. Guck mal, wie sie sich nicht triggern lassen, ne? Ist schon wieder so geil. Ist schon wieder so geil. Wo geht's da eigentlich lang? Komme ich von da oben nicht her? Ich glaube, von da oben komme ich her. Ja, von da oben komme ich her. Okay. Die spare ich mir, die Trotteln. Weil nämlich da oben... Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt so hochgelaufen bin. Weil nämlich von da oben... Ja, genau. Von da oben sind wir runtergekommen. Also müssten wir diesen Weg gehen. Jetzt gucken wir mal kurz hier. Ah, ne? Schlecht. Okay. Geh mal den Weg. Das sieht mir hier schon wieder so dangerous aus. Was kommt von da oben runter? Nix, oder? Oh, nein! Das ist mein Typ. Das ist irgendwie so ein Möchtegern-Spartjahrt. Er möchte immer vier Sparta machen. Was mich ein bisschen triggert ist, diese Mauer hier. Ich habe immer Angst bei solchen Treppen, dass von hinten irgendwas runterrollen könnte. Das wäre nämlich so typisch wie das für Dark Souls. Alter, warum ist der so fett, dieser Dämon? Ist der größer als der andere? Als die anderen? So, okay. Wow, 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 wow. Was? Jetzt schon getriggert? Fuck me! Okay. Ja. Wie erwartet. Fuck. Ja, genau. Ja, leck mich doch am Arsch. Ey. Was? Wie genau sein Schlägetime, dass ich nicht mal aufstehen kann, ey. Ey. Ja, das ist ein bisschen gerade schon wieder... Ich werde rettend. Ey. Wie schnell der triggert. Aber der ist machbar, der Fettsack, der. Ich weiß nicht, woher, aber irgendwo kommt jetzt noch so ein Ding. Oh. Okay. Ja, komm. Wie, du gehst zurück. Was ist mit dir? Da war doch noch einer irgendwo, oder? Ja? Nein? Okay. Alter, wie? Aha. Hey, da ist ein Loch, da kommt er nicht vorbei. Wo? Oh, Mann. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, dass der Fette gleich triggert. Ja, ja. Komm, komm, komm. In dein Gesicht. Nein, nicht Sparta. In dein Gesicht. So, okay. So, kurz die Hände. Ah, vom Schweiß befreien. Und jetzt. So, Kollege. Runde zwei. Nein. Fuck me. What? Ich werde hinter mir. Okay. Alter. Okay, was willst du da zu uns noch sagen? Oh, mein Gott. Es ist halt so geil, ne? Seine Schläge, die gehen hier durch die Säulen durch, ne? Also, sein Hammer, oder was das ist, seine Axt, die glitscht halt einfach mal durch die Säulen und betoniert uns nach unten. Okay, also, ich weiß nicht, warum wir am besten kämpfen. Auf jeden Fall irgendwo da, wo wir nicht runterfallen können. Glaube ich, macht Sinn. Ah, meine Fresse, ey. Das ist schon wirklich... Ich meine, der ist nicht so stark, ne? Also, ich glaube, der braucht vielleicht vier Schläge. Nein! Nicht, Sparta. Ich glaube, ja gut, vier Schläge werden übertrieben. Obwohl. Doch, dieser Große braucht ungefähr vier bis fünf Hits von uns. Also, es ist machbar. Darf ich halt nur nicht mit dem Hammer richtig betonieren. Sonst ist es vorbei. So, okay. Ziehen wir die Ago von ihm? Ja. Achso, hier oben müssen wir gegen kämpfen. Das macht am meisten Sinn. Okay. Now we talking. So, Schlag zu. Okay. Ja, genau! Das ist so ein Witz. Habt ihr das gesehen? Er holt aus, wartet in welche Richtung wir uns hinrollen und betoniert uns eine. Was ist denn das schon wieder? Das ist schon wieder so ein Witz. Hi, 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 hi. Gut. Weiter geht's. Das ist echt Wahnsinn. Nein, nicht Sparta. Dieser Scheiß-Taugust da vorne. Dieser... Die Frage ist... Der kommt bestimmt auf die Treppe hoch und alles. Ja, ja, hundertprozentig. Der rennt uns nach bis ans Lebensende. Dieser Scheißer. Ob der wohl runterfällt? Ob der wohl runterfällt, wenn wir ihn da hochbringen oder hier an die Seite? Das wäre mal eine Idee. Ja, komm. Wisst ihr, was ich meine? Ich überlege gerade, ob der da hinten runterfällt, wenn man dort gegen ihn kämpft. Hier. Weil es ja doch ganz schön eng ist. Wenn man hier gegen ihn kämpft, ob der... Oh Mann, das ist aber schon sehr, sehr risky. Ne? Okay. Let's go. Wir probieren es. Wieder mal. Die krasse Scheiße ist ja, dass man seine Schläge nicht parieren kann. Das ist nämlich nicht so ein normaler Dämon. Das ist nämlich ein größerer. Okay. Okay. Genau, daneben. Fail. Na! Jawohl! In dein Gesicht, du Lappen! 1200 nur. Für diesen Scheißer. Das muss man sich mal geben. Und das ist wahrscheinlich... So wie ich das Spiel kenne, ist das kein normaler... War das ein normaler Gegner. Das war jetzt keiner, der nicht wieder spawnt. Entschuldigung. Ein Schluck von Beruhigungskaffee. Oh mein Gott. Den habe ich ja ganz übersehen. Da ist noch so ein Scheißer. Und da hinten noch einer. Und da hinten Ziegenpeter. Okay, Ziegenpeter, die kriegt man hin, aber... Ach du Scheiße. Wo geht's denn da unten lang? Ja, da muss ich unbedingt hin. Okay. Alter. Ja, guck mal. Der Ander, der Ander triggert mich von Kilometer Entfernung. Und er triggert nicht. Ich verarschen. Ja. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig hier. Was war das? LOL. Was ist das für ein Wurm? Guckt euch den an, wie der chillt. Ja, ich komme jetzt mal so die Treppe hoch. Und dann haue ich dir eine aufs Maul. So, okay. Was? Lass mich verarschen. Was? Was war das? Okay, der Wurm. Der, der kann mich am Arsch lecken. Ich muss da sowieso nicht hin. Ha. Ah. Hier sind schon richtig eklig, die Viecher. So. Na. Fuck you, Wurm. Außer, du gräbst dich ein und kommst vor mir wieder hoch. Das wäre natürlich mega schlecht. Okay, hier ist noch einer. Der größte Abfuck hier ist, dass es hier einfach kein Platz ist zum Kämpfen. Das ist, glaube ich, der größte Abfuck. Aber ich mache mit dem denselben Scheiß, was ich mit dem anderen gemacht habe. Ich triggere ihn. Ja, er kommt. Vielleicht funktioniert es ja wieder. Bist du noch da? Ja, da kommt er. Tü, 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 tü. Ich komme da mal so lang. Tü, tü, tü. Der ist ja geil. Riesenchillig. Hört sich dir an. Ja, in der Hölle gibt es sonst nichts zum Scheißen. Deshalb komme ich mal hier so ganz entspannt. So. Was? Nein, nein, nein. Du gehst nicht zurück, du Wichser. Bist du mich verarschen? Bewegt deinen dummen Arsch hierher. Ich fühle mich jetzt echt verscheißen. Nein. Hui. Okay. Jetzt dreht er durch. LOL. Nein. Fuck you. Nein, 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 nein. Ach, leck mich doch, du Dreckspieler, alle. Leck mich, du Dreckspieler. Ach, geh, ey. Jetzt sind die alle wieder da. Safe, alle. Safe sind die ganzen Spacken wieder da, alle. Safe. Weißt du, die wären machbar, die ganzen Gegend. Aber nein, da macht man einen ganz dünnen Weg. Weil wir sind die kleinen, die haben, nein, nein, ich muss aufhören zu haten. Ich muss aufhören zu haten. Ich spiele das Spiel nicht mal eine halbe Stunde. Und natürlich sind sie wieder da. Guckst du dir an, sie sind wieder da. Alle, alle sind wieder da, alle Kollegen hier. Alle. Oh, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich. Das wird, glaube ich, heute nicht lang dauern. Hey, hab ich hier ja keinen Bock mehr. Das ist halt einfach nur ein Witz. Das ist halt einfach nur ein Witz. Also, eigentlich sollte ich den Taurus ohne Schild machen, weil ich kann den ja sowieso nicht abwehren. Dann betoniere ich ihn vielleicht beidhändig. Also, wie war das noch gleich? So. Und dann richtig einen zentrieren. Das wäre vielleicht auch eine Option. Vielleicht brauche ich dann weniger Schläge. So, wie schaut's aus? Ja. Okay. Zweihändig. Okay. Don't fuck around. Bitch. Das war die falsche Richtung. Oh Gott. Ja. Er auch. Also, zweihändig merken, brauchen wir einen Schlag weniger. Für den. Was jetzt auch nicht wenig ist, aber zumindestens. Scheiße. Komm her. Ich muss ihn schön locken. Den Spast. So, mal gucken. Wenn er jetzt wieder anfängt, hier wegzulaufen, ich schwöre, dann kriegt er richtig. Weil diese Scheiße mache ich nicht mit mit ihm. Du Fotzkopf, jetzt reicht's mir. Komm her. Okay. Ich versuche jetzt nochmal, das so zu handeln, wie gerade eben. Das heißt, also den will ich jetzt da ziehen. Das wollen wir mal sehen, zurück. Da hinten wäre auch Platz zum Kämpfen. Wäre vielleicht an ihm vorbeilaufen, wäre vielleicht auch eine Option. Ah, ich probier's. Fuck, don't fuck around. Okay. Das war eine scheiß Idee. Okay. Kommst du mit? Natürlich nicht. Down! Down! Sie nannten ihn den Taurus-Ficker. So, jetzt pass auf. So, Leute. Schaut euch das an. Das sieht doch so ganz entspannt aus. Ja. Ist bestimmt ein richtiger Scheiß. Sehe ich jetzt schon wieder kommen. Weil es Dark Souls ist. Es kommt schon wieder irgendein Scheiß gleich. Ich sehe es schon wieder kommen. Es kommt irgendein Scheiß. Da steht schon wieder irgendein Scheiß geschrieben. Und kommt jetzt ja gleich ein fucking Wurm raus. Steht da. Achtung. Vor dir oben. Oben? Wurde gut bewertet. Das heißt, nichts Gutes. Vor dir oben. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich habe da keinen Bock drauf. Echt. What the fuck? Okay. Okay. Wie schaut's aus? In der Gesicht. In der Gesicht. Okay. Den kann ich abwehren. Einen Schlag. Ausdruck regenerieren. Wow. Ich glaube, das wäre schlecht für mich gewesen. Wahrscheinlich Insta-Death. Down. Okay. Das geht wahrscheinlich weiter mit dem Scheiß, oder? Hä? Hä? Mit dem Scheiß? Geht's weiter? Ihr Fotzen? Was steht hier? Achtung. Vor dir Falle. Ach, nee. Ist mir schon wieder fast klar, dass jetzt gleich irgendein Scheiß wieder kommt. Oh, Mann. Oh, shit, Alter. Das war jetzt echt ein richtiger Dreck. Okay. Achso, ja. Er kann auch nach hinten beißen. Finde ich ja geil. Okay. Und ich kann ihn nicht treffen. Super. Finde ich super. Super toll. Oh. 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 Okay. Okay. So, Argo ziehen. Guck mal. Will ich ihn nicht erwischen. Ist das ein Dreck, Alter. Ist das ein Dreck. Ah, ja. Was ist das Wich? Das ist eine geile Attacke. Warum sind wir noch nicht vorher drauf gekommen? Frage ich mich. Wird schon so laufen. Und dann voll. Uh. What? Oh, shit. War das knapp wieder. War das knapp. Nein. Hey. Ist ein Scheiß. So. Mein Timer sagt gerade, wir haben 30 Minuten erreicht. Ist mir aber egal. Ähm. Ich will das hier gerne noch machen. Okay. Was? Er hat immer noch Energie. Okay. Ich will den Scheiß auf jeden Fall noch machen. Irgendwie. Nein. Es ist schon ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn, Alter, was die Dinger aushalten, ja. Und dass man sie nicht trifft, ist auch ein richtiger Abfuck. Ich habe da echt keinen Bock drauf, ey. Vor allem, ich habe hier kein Flakon mehr. Da, das ist halt ein Witz, ne. Das ist halt ein richtiger Witz. Jetzt. Habe ich eigentlich einen Bogen oder sowas, mit dem ich die wegschießen kann? Ich habe echt keinen Bock gerade zu sterben. Null irgendwie. Was ist denn das? Pfeile. Drachentüterpfeile brauche ich nicht. Bolzen, ja. Bolzen. Aber ich habe keine Ahnung, wo es dafür, oder? Haben wir? Haben wir irgendeinen Scheiß-Kurzbogen? Ah, hier. Leichte Armbrust. Haha, 10. Hahaha. Lol. Okay, Damage 0. Haben wir irgendeine größere Armbrust? Nein, haben wir irgendeine größere Armbrust? Halt. Drachentüterpfeile überhaupt? Oh nein, 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 nein. Du schießt jetzt nicht diesen mächtigen Pfeil ab. Nein, 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 nein. Ne, machen wir nicht. Nein. Ja, hilft nichts. Mein Gott. Sterben wir halt. Dann sterben wir halt. Da hinten ist die Kiste. Ob die so geil ist, weiß ich auch nicht. Ah, mei, 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 so. Okay, okay, wir machen uns auf jeden Fall folgendes. Wir machen jetzt erstmal einen Aufnahmestopp, okay? So, schaut's aus. Okay, ich sag erstmal ciao, wir sehen uns bis nächstes Mal.